Schon mal eine Ferienunterkunft gebucht, die der reinste Horror war? Das sieht gar nicht aus wie auf den Fotos. Ist da eine Kür hinter all den Spinnen? Dann probier eine App, mit der ein Happy End gewiss ist. Ah, perfekt. Alles gut, du hast bei Fevo direkt gebucht. 105 Sprehradio. Wetter und Verkehr kompakt. Tja, genießen Sie heute nochmal, denn heute bleibt es tot. 31 Grad ist die offizielle Berlin-Temperatur. Ein wunderbarer Feierabend-Sonne-Wolken-Mix. Auch in den nächsten Tagen geht es weiter hoch, auf bis 29 Grad. Aber ab morgen geht es dann los, auch mit Regen und immer wieder Gewitter. Also auch die nächsten Tage bleibt es schwül warm, aber immer wieder Regen und Gewitter. Und jetzt das Neueste aus der Sprehradio-Verkehrszentrale mit Michael Bitteroff. Und es gibt gerade einen dicken Stau auf der B1W5. Tja, stadtauswärts alles. Frankfurt Allee über Altfriedrichsfelde bis Altbiesdorf. Ab Höhe Buchberger Straße bis Ecke Köpenicker Straße dauert es 39 Minuten länger. Geht aber noch mehr, nämlich auf der A9 in Richtung Leipzig. Immer noch eine Vollsperrung hier zwischen Bielitz und Drück. Wir hatten Last an die Fülle weg. Bielitz wird abgeleitet. Aber bis dahin muss man erstmal hinkommen. Über eine Stunde mehr einplanen. Gär blitzt wird Westend-Kaiserdamm. Die A10 am Dreikafelland. Und immer noch die B96 zwischen Löwenberg und Täschendorf. Stausenblitzer, hören Sie bei uns zuerst. Können Sie melden unter Berlin 2030. Der Verkehr wurde präsentiert von Spreewelten. Erleben Sie die einzigartige Welt der Pinguine in Lübbenau. Jetzt mehr erfahren unter spreewelten.de mit Arne Palukat. Sommerferienzeit ist Baustellenzeit. Und da sind für Berlin inzwischen gleich zwei empfindliche Dauersperrungen angekündigt. Zum einen wird ja die S-Bahn die Stadtbahnstrecke sanieren. Zwischen Zug und Alex gibt es in den Rosenferien fast komplett nur Ersatzverkehr. Und jetzt kommt auch noch die Ankündigung dazu, dass der Stadtring eine neue Deckschicht bekommen wird. Zwischen Spandauer Damm und Funkturm wird vom 22. Juli bis Ende auch nur eine Spur frei sein. Probleme gibt es ja auch noch. Die Stadtbahnstrecke saniert wird vom 22. Juli bis Ende auch nur eine Spur frei sein.